Kann der Evertreter sein? Nein! Abgeschlossen! Ich will mich doch verarschen! Aber jetzt erstmal wieder Blau oder Käferkäfig finde ich irgendwie auch unschick an. Ich weiß nicht, ob das einfach zu schick ist. Grüß mal all deine Fans hier! So Leute, welcome back zu einem neuen Video von mir. Wundert euch jetzt nicht, warum ich jetzt gleich ungeschminkt bin und dann wieder geschminkt. Ich hatte vorher keine Zeit das Video zu starten und das Shooting ist jetzt vorbei, aber ich zeig euch jetzt alle Einblicke von dem Tag, von dem Shooting und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr. Ja, das ist mein zweites Shooting und bisschen nervös bin ich schon gewesen, aber es hat richtig Spaß gemacht und sobald ich da drin war und mega nett empfangen wurde, ist die Angst auch schon wieder verschwunden. Ich freue mich, dass die Lächeln ich grüß mal alle ich grüß mal alle die Pfennigkeits hier ich grüß mal ich grüß mal ich grüß mal wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Kaffee. Ich habe jetzt gerade schon mal Park, aber Laura hat hier noch keinen Parknutzkunden und ich sitze jetzt gerade in ihrem übertrieben geilen Auto, das ist übrigens Laura. Mega konzentriert. Das Auto ist so pretty, Leute. Schaut euch diese Sitze an, ich stehe auf sowas, mit so braun oder mit so einer Creme. Sehr, sehr pretty. Mal schauen, ob wir jetzt... Danke. Ob wir jetzt hier... Ist das hier? Ne, ich glaube, das ist noch ein bisschen leichter. Da ich hier Gartenrad, okay. Dieses Graffeeschen hier. Ich zeige es euch gleich nochmal. Das ist so... Echt jetzt? Ja, aber hier sind ja... Ja, hier ist auch noch eins. Das hätte ich auch nicht parken. Hier darf man nirgendwo parken. Aber jetzt fahr dann mal hier rein, vielleicht ist hier ja was frei. Das ist... Ich muss echt sagen, ich finde die Straßen hier in Düsseldorf unfassbar schön. Hat so ein bisschen was von... Paris. Also nicht mal ansatzweise Paris, aber hat schon so ein bisschen was. Ein bisschen. Was hatte ich denn jetzt gerade so? Glück, weil... Da habe ich Glück, ne, mit Parken, aber sonst habe ich kein Glück gerade. Pretty. Mal schauen, ob wir jetzt hier noch was finden. Keine Nähe. Was ist das warm, ne? Fährst du doch mal... Soll ich mal Papier aufmachen? Das ist Papier? Ja, ist ja. Warum ist das laut? Kann ich hier parken? Okay, wir haben jetzt n Parkplatz gefunden. Ich park gerade und knallt volle Kannen mit dem Reifen ran. Oh mein Gott. Ich bin echt krass nach vorne gefahren. Aber du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft. Sehr, sehr hübsch. Kleiner. Das Auto, Leute. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Okay, es sieht gerade ein bisschen chaotisch aus, ne? Obwohl es geht. Aber es sieht schlimmer aus. Und? Besser, besser, besser Handkuss. Oh, zack. Ne, warte. Ist das so? Zack. Abgeschlossen. Ich will mich doch verarschen. Und ich komme hier mit meiner alten Knutschkugel. So, Leute. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause. Ich werde mich jetzt erstmal kurz eincremen, weil meine Hüfte tut so weh. Einige Posen waren leider nicht so besonders schlau. Und deswegen muss ich mich jetzt kurz an einer Stelle eincremen. Und dann gleich noch ein QPAL gucken. Und dann hoffe ich, dass es sich jetzt wieder so ein bisschen bewirkt, wenn ich mich jetzt hinliege. Und dann Sachen am Laptop erledige. Ich muss hier aber eigentlich auch noch ein paar Sachen aufräumen. Weil hier sieht es auch ein bisschen chaotisch aus. Und, ähm. Okay, stop. Jetzt habe ich abgestellt. Ich habe von meiner Mama diese coole Creme bekommen. Und die ist so, so gut. Ähm, natürlich auch drauf. Aber natürlich auch nicht ewig, ne? Ich musste vorhin vor allem niesen. Und das war wirklich die Hölle. Wir wussten es genauso schlimm. Also, wenn ihr jemals irgendwie die Rippen geprellt, angebrochen oder gebrochen habt, dann... Wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine, wenn ihr das mal hattet. Ansonsten sag ich euch, pass mit auf euch auf. Weil das tut echt höllisch weh. Meine Mama hatte sich auch vor ein paar Wochen tatsächlich sogar auch die Rippen angebrochen. Und die hat auch gesagt, ey, beim niesen und dann wussten das ist so, so schlimm. Ähm, dieser war es nur so ein bisschen anders. Also, durch das war, habe ich mich ja selber geschminkt und die Haare gemacht. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen beeilt. Weil ich hatte Angst, dass es irgendwie zu viel Zeit kostet, weil... Eigentlich brauche ich Verlocken richtig lange. Aber irgendwie hat das jetzt richtig gut geklappt. Was auch gut ist. Aber sonst brauche ich eigentlich immer Verlage für meine Locken. Und das Schminken halt auch selber. Was ich aber eigentlich wiederum auch gut finde. Und vor allem bei den Wippern, weil ich bin da echt so... Keiner perfekt zunisst und... Ich muss meine Wippern eigentlich immer selber machen. Hatte diesmal auch geklappt. Und bin auch eigentlich ganz zufrieden. Mit meinem Make-up. Und es sah da auch echt richtig gut aus. Ich habe mich hier voll auf die Lippen gebissen. Oh mein Gott, das tut so weh. Naja. Ich habe jetzt vorhin ein Paket bekommen. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen bestellt. Unter anderem eine neue Farbe. Denn ich wollte eigentlich komplett andere Nägel machen. Ich habe jetzt nur für das Shooting die Nägel weiß gemacht. Weil die war so krass rausgewachsen. Das sah echt nicht mehr schön aus. Und ich dachte, ich mache dann einfach kurz ein bisschen weiß drauf. Ich möchte aber eigentlich entweder blau oder gelb machen. Ich zeige euch das jetzt mal über die Farbe. Okay, das hier wäre jetzt einmal die gelbe Farbe. Und dann einmal das blau. Und da würde ich halt Chrom drüber machen. Das ist so ein bisschen schimmert. Das war der Plan. Eigentlich wollten die meisten blau oder pink. Pink und blau waren tatsächlich gleich von den Abstimmungen her. Aber pink. Ich weiß nicht. Ich will immer pink versuchen. Aber irgendwie ist das doch nicht so meins. Ich habe mich dann erstmal für blau entschieden. Und ich würde dann für den Urlaub oder so etwas mit rosa machen. Vielleicht so rosa Herzchen oder sowas. Mal schauen oder so rosa French. Aber jetzt erstmal wieder blau oder gelb. Weil gelb finde ich irgendwie auch ganz schön geil. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege jetzt. Aber ich mache jetzt erstmal die Nägel soweit ready. Weil dann mache ich das morgen mit der Farbe. Ich dachte ich film das vielleicht vielleicht. Ja. Interessiert seid dann auch noch andere. Wie ich die mache. Und deswegen dachte ich film ich das einfach mal. Und mache jetzt erstmal die Nägel so ready. Dass ich das dann auch machen kann. Okay Leute. Ich habe mich jetzt noch umentschieden. Und um euch doch noch ein paar Tage mehr mit. Ich werde ja eigentlich nur wirklich an diesem Tag euch mitnehmen. Aber irgendwie habe ich ja spontan entschieden. Dass ich so einen welchen dichten Vlog jetzt draus mache. Und euch heute noch mitnehme. Vielleicht Vlog auch. Mal schauen, wie nachdem was ansteht. Ich habe jetzt gerade keine Pause gemacht. Von meinen Unisachen. Und das stimmt. Ich werde auch schon meine Nägel zeigen. Die sind nämlich jetzt noch ready. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal. Anders herum. Es reicht ein bisschen besser. Ich muss dazu sagen, dass ich erst nicht so ganz zufrieden war. Ich bin nämlich gestern die ganzen Tag jetzt damit rumgelaufen ohne den Schimmer. Weil ich einfach an dem Tag keine Bocken hatte das noch zu machen. Und da war das irgendwie nicht so ganz meins. Also die Farbe ist super schön. Aber irgendwie war das nicht ganz so meins ohne den Schimmer. Und wollte es erst komplett neu machen. Aber dann habe ich doch nochmal den Schimmer abends drauf gemacht. Und ich sage euch mit dem Schimmer. Das macht so viel aus. Das sieht so viel schöner aus. Und irgendwie sieht die Farbe auch direkt automatisch anders aus. So ein bisschen. Oh mein Gott. Ich habe mich gekratzt. Hm. Und ähm. Wieso habe ich mich gekratzt? Naja. Ich zeige es euch jetzt mal mit der Kamera. Anders herum. Das ist wirklich ein bisschen einfacher. Aber immer. Und ja. So jetzt könnt ihr einmal die Nägel sehen. Ich finde die sind richtig gut geworden. Mit dem Schimmer sieht das echt so schön aus. Ich kann euch ja eigentlich im Bild einblenden, wie das ohne Schimmer aussieht. Ich finde irgendwie das einfach mit dem Schimmer nochmal tausendmal besser. Und es ist echt sehr auffällig, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Jetzt vor allem für den Sommer. Liebsten. Oh der Fokus ist echt richtig gut. Aber ihr könnt jetzt nochmal den Nagel und die Farbe sehen. Ich finde das sieht echt richtig cool aus. Ich bin jetzt gerade überlegen was ich anziehen soll. Denn meine Schwester kommt jetzt gleich auf. Beziehungsweise kann man sagen, dass sie gleich noch abholen werde. Außer mein Dad macht das. Mal schauen. Aber der Plan ist nämlich der, dass wir heute als Familie für meine Großeltern ein Foto machen. Ein Kamilienfoto. Also meine Oma hat ja schon Geburtstag, aber mein Opa hat bald Geburtstag. Und die feiern halt zusammen. Dafür ist es dann. Also das Foto ist dann quasi ein Geschenk mit noch einer Reise. Aber ich weiß nicht was ich anziehen soll. Also es soll jetzt nichts krass schickes sein, aber halt alltagstaublich. Und bei mir ist ja irgendwie, was mir generell mal aufgefallen ist, halt auch so, dass meine Alltagsoutfits auch ganz schnell mal ein bisschen schicker aussehen können. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Jetzt hätte ich gerade tatsächlich so ein richtig süßes Kleid gern gehabt. Oder irgendwie so einen süßen Rock, aber habe ich nicht. Also ich habe nur schwarze Kleider. Oder ein graues Kleid. Ich sollte nämlich eigentlich gerne mal mir eins mit Blümchen holen. Aber es ist schwierig eins zu finden, was so gut aussieht. Das Ding jetzt, ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt einfach nur Jeans anziehen soll. Mit einem etwas netteren Oberteil. Mit einem Blazer. Oder ob ich tatsächlich einfach ein schwarzes Kleid anziehen soll. Ich weiß es nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich einfach hier mein trägerloses weißes Kleid anziehe. Mit einem grauen Blazer. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich Sneaker anziehen und keine offenen Schuhe. Es ist heute halt noch nicht so krass heiß. Ich glaube es waren nur 25 Grad oder so. Deswegen bietet sich eigentlich so ein langes Kleid perfekt an. Aber ich habe jetzt einfach das schwarze Kleid jetzt einfach angezogen. Ob ich es lasse, weiß ich noch nicht. Ich muss aber jetzt meine Schwester rüber. Mein Vater hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Und dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass er noch bei der Arbeit ist. Ich werde jetzt einfach hier diese Tasche anziehen. Und ich werde jetzt noch eine Klammer dran machen. Das mache ich mittlerweile einfach immer. Ich weiß nicht warum. Aber das ist ein cooles Accessoire. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal merken. Generell klammern. Muss jetzt nicht unbedingt hier diese blaue sein. Aber die passt einfach perfekt zu meinen Nägeln. Und da packe ich sie jetzt einfach hier dran. Und ich finde das sieht ganz schön cute aus. So als kleines Accessoire. Jan findet das absolut unnötig. Aber ich finde es cool. Ich werde das mal auf mein Portemonnaie rein tun. Und dann werde ich losdüsen. Sie abholen. Und nochmal schauen, ob ich das jetzt hier anlasse. Aber wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt irgendwie auch gar kein Tempo, um mir jetzt irgendwie Gedanken zu machen. Ich verstehe halt sowieso nicht. Ich habe so viele Klamotten. Wenn ihr wüsstet. Warte ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das geht einfach mal hier nicht rein. Hier ein Wäschekorb. Ja. Voll mit Klamotten. Die ich erstmal noch einräumen muss. Und mein Schrank ist halt noch komplett voll. Also ich verstehe nicht warum ich da einfach nie Klamotten finde. Das ist echt. Naja. So. Ich werde da aber noch eine gute Perspektive. Meine Rippe tut so weh. Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Ich habe glaube ich wieder ein bisschen zu viel gemacht. Warte auf jeden Fall schwarze Blazer anziehen. Dann passt das. Und. Ja. Was ist denn los, ne? So sieht jetzt mein Outfit aus. Ich weiß nicht, ob das einfach zu schick ist. Oh, ich muss dir ganz dringend sagen. Einfach nicht beachten. Ich ähm. Weiß nicht. Ist das too much? Das erfordert. Ich denke mit der Tasche sieht das nochmal ein bisschen lockerer aus. Ich weiß nicht. Aber ich werde das bloß wüssten, bevor ich zu lange brauche. Warte an. Mon G. Die Läu feафälle. Hier